Wir sollen reingehen und gucken, dass sie es bekommen. Nicht, war falsch. Ja, nein, eigentlich hat er genau das gesagt. Wir sollen reingehen und gucken, dass sie es bekommen. Ja, was ist daran denn so falsch? Das ist verdienen, meinst du? Ja. Aber ich... Das sieht aber jetzt nicht aus... Ach, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Okay, komm. Hallo, liebe Leute. Willkommen zurück zu Division 2. Ja, wir sind dabei, die gelben Missionen hier zu erfüllen. Von der momentan laufenden... Wie heißt das? Kampagne nenne ich es jetzt einfach mal. So, und... Ja, wir gehen los. Der ist schon ganz unruhig. Der kommt schon fast aus den Latschen. Oh, ich habe einen Schatten hinter mir. So einen Schatten hinter? Ich bin doch vor dir. Jetzt bist du vor mir, ja. Ich spiele definitiv zu viele Spiele gleichzeitig. Weil ich bin immer wieder so... Ach nee, ja stimmt. Das war ja hier so. Das ist genauso wie die erste Zeit, wenn ich CS spiele, will ich immer mit Rechtsklick... Wenn ich die Pistole habe, ne? Du hast ja anfangs mit Rechtsklick reinzoomen. Ja. Und jedes Mal nimmt er deinen blöden Schalldämpfer ab und ich kann nicht schießen. Jedes Mal! Jedes Mal? Jedes Mal passiert mir das. Ein Hund. Wir sollten mal reinbringen, dass man vielleicht einen Hund mitnehmen kann. Ja, das fand ich auch... Das finde ich allgemein eine gute Idee. Das habe ich... Bei Scam habe ich das schon gesagt. Das wäre doch cool, wenn man einen Hund mitnehmen könnte und ihn ausbilden, dass er halt bestimmte Sachen durchführt und bringt. Irgendein Spiel gab es auch mal, das hatte das. Aber ich... Ja, das war... Weißt du's? Ja. Welches denn? Black Ops. Was? Ja, Black Ops. Stimmt, du hast recht. Ja, da hinten sitzen will niemanden nicht gekriegt. Oh, neben mir ist einer. Oh, bei mir ist auch einer. Hä? Warum ist da meine Lebensleiste blau? Und jetzt ist sie wieder weiß. Kennst du das? So ein Zipfelchen von meiner Lebensleiste? Das kann sein, dass vielleicht... Bei mir ist das irgendwas gewesen. Oh, das kann sein, ja. Dass ich irgendeinen Bonus gekriegt habe, quasi. Ja, ja, sie sind doch außer Reichweite. Also cool. Das ist wieder, ne? Ja, da war's wieder gut. Das ist mein LMG. Das baut dir direkt die Rüsten wieder auf, wenn ich einen töte. Das baut dir direkt die Rüsten wieder auf. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das ist schick. Beim Töten mit LMG bauscht dir wahrscheinlich Rüstung auf. Ja, ja, ist auch so. Jedes Mal, ich sag mal, vier Punkte oder so. Das ist gar nicht wenig. Das Blöde ist, dass ich das nur auf einem LMG habe. Ja, aber trotzdem für jeden Kill. Das ist doch schon mal cool. Ich meine, auf der Sniper macht es ja auch keinen Sinn. Da bist du sowieso so weit weg. Sie müssen verhindern, dass die Black-Tast... Da wird man eh keinen Schaden. Na, wenn die Rüsten, dann konnte ich es schon wieder entgehen. Ich glaube nicht, mit dem kommt das nicht. Mal gucken. Aber ist der Schwierheitsstufe umgestellt, oder? Nö, konnte ich gar nicht. Das ist ja keine Hauptmission, sozusagen. Nicht? Nee, ich konnte gar nichts einstellen. Ich konnte nur reinlaufen. Geh nach rechts. Oh, ist schon gelber dabei. Ich weiß nicht, wie ich gerade. Meine Leute, das ist der. Na, uh, nett. Aber die sind nicht, die sind mehr beige, ne? Oh, ja, sehr schön. Da kommt noch ein zweiter Balken auf der linken Seite. Da kommt noch ein zweiter Balken auf der linken Seite. Da kommt noch ein zweiter Balken auf der linken Seite. Eine andere, was das ist. wahrscheinlich eine stufe niedriger als geld vielleicht das stand im wieder da bei 18 die zugangskurs geändert sie müssen sie finden um da reinzukommen okay also wir müssen dann den kot das war böse immer nach oben oben sind auch welche aber wir können auch umgehen die treppe ist blockiert ich hab mir mal vorgenommen ein bisschen mehr granaten setzen wie kommt einer von hinten was denn für feiglinge er hat meine grund zerstört kommt jetzt von hinten durch die tür rein von hinten da wo wir durchgekommen sind jetzt geht er nach oben fast tot ja stimmt ich bin auch noch nicht tot er ist jetzt oben noch er ist kaputt und muss noch einer sein ja ein gelber äh gott ein roter warm drin oh wei ich hab nicht aufgepasst ich bin die verwundung entdeckt ich lade nach also hier ja schick oh die stimme kenne ich das kiara sie hat ihre hose gehighlighted aha soo da war einfach rum war nix tja ich glaub das haben wir schon mal gemacht hier rumlaufen ist festgestellt dass da nix war aber diese dinger hier sind neu diese teppiche led teppiche die lagen hier früher nicht die sind neu mal gucken runter da unten kommt man auch rum rein da unten vielleicht was liegt da ist alles zu ok naja dann das da ist ja der normale zugang wo kommen die denn jetzt auf einmal her da hat ja einer gespawnt allgemein wenn ich das mal so sagen darf ein hochrangiger blacktask sollte zugriff auf den tresorraum haben wo sollen wir den denn her holen wissen wir denn auch wenn man in den tresorraum reinkam äh das war irgendwie ein bücherregal wenn das das war ne ich glaub schon aber ich weiß nicht mal wo es war ich weiß kügelchen ok dann schmeiß das raus der gelbe ist raus noch ein gelber rot kügelchen rollt wo nachladen wer ist das weg die schlüsselkarte ich muss noch rüber gehen deswegen kommen hier die vier ist weg das ist schön das war es ja das ist wirklich muss ich sagen also das habe ich umgezogen das lmg habe ich eigentlich neu hier war es hier war es hier war es ich weiß wieder wo es war hier war es irgendwo hier war es und was aber da ja was wird damit danke nochmals an den zuschauer von damals namen fällt mir jetzt natürlich spontan nicht ein weil ich wusste dass wir die mission spielen aber auf jeden vergrüße hat immer viel spaß gemacht mit sich mit dir zu unterhalten bis dann ja wundere mich dass er nicht zuschaut echt ja vielleicht schaut er ja auch zu und dann hätte er normalerweise mich auch schon längst angequatscht das ist gerade live das habe ich auch schon mal überlegt ob ich streamen soll immer samstags wenn man es spielen und statt aufzunehmen hier vor jetzt schiss auf die unter dem regal hier ne da bleibe ich auch na gehst du oder so ok bällchen bist bereit ja ist gelb ja das ist ein beiger der ist weg alle sind weg bis auf der eine und der brennt ich weiß nicht ob man munition verschwenden soll oder ihn einfach rüsten lassen oh ne der brennt nicht ich wollte aber drei wieder gehen hier ist aber wenn ich nachlade kriegst du das nicht auf der anderen seite wie auch lädt man bei der gattling nach nachladen ich erinnere mich daran dass ich für die nächsten aufnahmepause die laufstärke vom spiel das ist derzeit ist die aufnahme vom spiel so leise dabei habe ich das mikrofon leiser gestellt aber stattdessen ist irgendwie das spiel leiser geworden ok keine ahnung aber eine sache darf ich doch sagen das kann mir keiner verbieten vielleicht was sehr schade findet ich hab jetzt überhaupt vollen panzer voll Hi, Grüße an Kiara. Kiara, Entschuldigung. Kiara. Die ist doch da vorne, oder nicht? Komm mit der Erde her. Ich fahre nach, passen wir auf voll. Ja, wir hatten die verfesten Lasagne. Nochmal. Oh, nix so gerns. Kriegst nochmal. Ich muss nachladen. Deine Panzerung kommt genau richtig. Aber ich habe sie nicht bekommen, komischerweise. Die ist gekommen und dann wieder weg? Ja. Wieder. Ich glaube das war's. Ich wusste warum ich Kiara gesagt habe, ich schätze sie bei ihr. Kiara. Nee, ich wusste es nicht. Da kam mal welche hinter dir. Ja, eben kam ja auch der Roboter hinter mir, ne? Das war ja auch so ein, so ein Ups, wo kommt der her? Oh, könnte man jetzt benutzen. Aber jetzt kommt ja leider kein Gegner. Ja, das ist schon ganz blöd gelaufen. Authentifizierung erfolgreich. Zugriff gewährt. Datenschrom entdeckt. Sie laden bereits die Daten herunter. Wir müssen uns beeilen, bevor sie alles löschen. Zugang gewährt. Zugang gewährt. Schön. Was war's jetzt? Ja, da war auch früher mehr drin. Ja, ich nehme aber auf jeden Fall die Geldstapel mit. Das wäre eine gute Idee, ne? Mhm. Das ist Munition. Fertig. Wie heißt dieser Film nochmal mit den Zauberern? Die unbevergleichlichen? Unbestechlichen? Nicht, nein. Zauberern? Ja, so mit Zauberern. Die klauen auch Geld aus ner Bank. Das ist total cool. Das weiß ich jetzt nicht. Die Unfassbaren. Die Unfassbaren, genau. Die Unfassbaren. Ah, jedes Mal, wenn ich nachher auch mit der anderen. Wechsel hast. Sonst muss irgendwas von meiner Rüstung sein. Mhm. Mhm. Ich hab sogar Foundation for Law and Government. Du hast denn die? Foundation for Law and Government? Okay. Wird ja sein können. Wie siehst du aus? Ich geh hoch, würde ich mal sagen. Okay. Ich geh. Ich schieße. Fertig. Ja, mach. Haben Sie eine Idee, wie wir die Blacktasks am Download hindern? Sie müssen direkt auf eins dieser Systeme zugreifen. Ja, neu. Das ist ja eine tolle, tolle Position, die ich mir hier aussehen sollte. Download initialisiert. Blacktasks download gestoppt. Von oben kommen sie. Auf und. Auf und. Auf und. Auf. Auf. Auf und. Auf. er ist weg nachladen er ist weg einer bei mir das weg einer kommt jetzt eine treppe unter bei mir ja ich sehe so mehr als einer das ist das mg zanni weg kommt von oben kommt wieder einer gelb habe ich ein visier mit dem mg das gelbe bei dir bei mir der gelbe muss nachladen tot 75 prozent am haipunkt habe ich zerstört roboter und zu dir da war ein roboter bei mir nämlich ein bisschen zurück ich habe einen unverfolgten roboter aber ich möchte die schaden ausrichten dauer und aufgeschlossen und jetzt sichern sie das gewohnt das wäre der roboter ne? ja lassen wir den probieren hast du wieder was wiedergeprescht oder? ja geh nach oben ihn holen oh jetzt spielt der rund bei kling isaac kann die daten nicht übertragen sollte die bausubstanz sein ja isaac gehen sie zurück nach oben der sack nicht heißes mehr richtige terminus technicus der sack wachenkiste oh wie süße schrotflinte ja wie süße schrotflinte ja wir sind ein bisschen verwöhnt muss man ja einfach mal so sagen ja ich bin halt der nicht schrotflintenspieler aber ne ich auch nicht wenn es dann da ist dann nehmen wir es halt mit ja wir nehmen alles mit wenn es da ist normalerweise muss man doch das loch erst sprengen jetzt ist es hier schon gesprengt ja ich dachte ja auch das war jetzt anders normales stand es nämlich oben mhm und hier mussten wir das rad drehen genau das ist auch nicht da genau das ist auch nicht da genau das ist auch nicht da ja hat er heute geklappt wo war denn das problem war schön hier mal eigentlich war es nicht wirklich ein problem das stimmt wohl aber es war eine gemeine überraschung ja wo stand ja immer einer ja musste ja irgendwo jetzt einer kommen ne dem 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 so immer noch kein sauberes signal irgendetwas stört die übertragung die blacktask haben anscheinend auf dem steg ein störgerät eingerichtet oh guck mal die haben ziel schmeißen pümpel gemacht echt schon getroffen echt jetzt hast du noch was gefunden ja okay du gehst da rum dann gehst da rum guck mal was los ist ja oh beide türen auf ja hm keine situation für kübelchen oh direkt ein gelber na gut dann doch situation für kübelchen mg steht fliegt ohne fliegt tschüss dann ist weg ja irgendeine drohne fliegt jetzt gleich ja gehen wir uns weg na na ja 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 wir sind ja 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 kaputt ja wo ist denn der poland ich weiß nicht wo mr president ist hat sich versteckt der trump hat sich versteckt der trug der glaubt mir wenn er es war noch leben würde der liegt das da schon das habe ich schon ja wenn mary monroe noch leben würde dann ja war es das moment happy birthday to you das störe mg wieder in 19 minuten ist sekundes wird er 19 minuten müssen wir überleben auch irgendwo sind da ist er ach system fehlfunktion ist der finger da hinten auf der system gedrosselt 1 dieser pinger das ist der andere irgendwie näher rankommen dass du mal auf die blöde so ich hab ihn da also ich habe auch gesehen und hier mit drauf geschossen es müsste ein spieler rüstung dazu haben eine andere mission müssen jetzt ein laptop die aktiviert laptop datenübertragung strom aktiviert lap dance 50 prozent abgeschlossen ich komme mal mit jungs ok aber wir haben nichts dagegen wenn ich mitkomme abgeschlossen datenübertragung strom beendet gut erledigen dann ist der heutige tag ein erfolg noch nicht wirklich weil der dirk ist ja da ich glaube ich meine schussbahn auf der anderen seite schafft ich glaube schon ich glaube ja das ist komplett anders jetzt ja aber dann kam unten noch gegner auch genau das genau das ja sehr nett verschwindet der maschinenpistole auf der anderen seite das war auch nur 15 er nimmt den nicht jetzt direkt neben die der sniper schütze jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr auf auf Oh, das war aber fies. Stimmt. Oh, gei. Ein ganzer Rudelgelber. Ah, noch. Oh, zwei Treffer. Ein zwölf Sekunden wieder da. Dann grabe ich helfen. Ja. Schöne Verwundung entdeckt. Tja. Erstmal, dass ich das Gefühl habe, meine Brunde zu dem hier nicht weh. Der Scharfschutz ist direkt neben dir. Was? Ich habe einen mehr. Oh. Ich habe einen Volltreffer gequasht. Ja. Wieder ein Volltreffer von den Scharfschützen oben. Das ist weg. Ja, was der kann, kann ich ja schon lange. Ein Scharfschutz ist weg. Wir müssen die Daten durchgehen, um herauszufinden, was die Blacktasks überhaupt wollen. Alle sind weg. Das war's. Das war zweimal ganz knapp. Mhm. Aber ist gut gelaufen insgesamt. Der blöde Schnaiper. Oh. Der Oberschuhl nicht bekommen. Ein Uhrstufenaufstieg, was immer das sein soll. Der Uhrstufenaufstieg ist das, was wir nur in die, äh, in deine Dings, gehst du hier unten, in dein Inventar unten, ganz unten rechts. Ah. Da kannst du dann irgendwas... Schuhe kaufen. Schuhe kaufen, genau. Tja, wir sind durch. Echt? Ja, echt. Ja, dann danke ich euch wieder mal fürs Zusehen. Schaltet morgen wieder ein, wenn es da heißt. Wenn es da heißt. Wenn es da heißt. Der Wäsche. Zusehen. Bye. Genau. Tschüss.